Meine Damen und Herren. Hallo. Ja, moin. Einen wunderschönen Tag, finde ich. Dieser Vlog, den ich ankündigt hatte, also den Pride ankündigt hatte, der kommt... Naja. Keine fünf Stunden, zwei Stunden. Zehn Minuten. Maximal. Ja, was ich sagen wollte, das kommt Neujahr, da ich eingeladen worden bin. Und ich glaube, die Eltern finden das nicht schön, wenn ich die ganze Zeit da filmen würde. Darum kommt das Neujahr mit allen neuen Sachen, mit Fragen beantworten, mit... Dies und das und einem Nass, also alles, was ihr euch wünscht noch. Discord und in den Kommentaren. Genau, ihr könnt mir irgendwelche Fragen reinschreiben, egal welche, beliebige Fragen einfach reinschreiben, in die Kommentare oder auf Discord. Da habe ich auch... Da habe ich auch... Er hat Pride schon eine Umfrage gemacht. Hm... Genau. Und ja... Ich würde sagen erstmal... Das war's von mir. Das ist jetzt ne Minute... 30... Ähm... Und ich würde sagen... Ciao Leute. Abonnieren nicht vergessen. Daumen nach oben. Und tschüss tschüss. Das war's von mir. Drei.